Perisic erklärt Wechselgründe Der Ex-Wolfsburger Ivan Perisic hat seinen Wechsel zu Inter Mailand mit einer besseren sportlichen Perspektive erklärt. Es sei leichter mit Intertitel zu gewinnen als mit Wolfsburg, so der 26-Jährige Zuka Zeta Dello Sport. Für Wolfsburg sei es unmöglich mit dem FC Bayern zu konkurrieren. Die italienische Liga sei ausgeglichener, man könne noch nicht sagen, wer dieses Jahr den Scudetto holt, so Perisic.